Achso, da sind sie ja rechts. Oh neiii! Du Mist-Gibbert! Ich bin ausgestiegen, ich wusste, was passiert. Ja, aber über die Brücke fahren brauchen wir auch nicht. Nee, wir müssen wieder hinten rum. Ja, aber die kämpfen da drinnen, das ist voll assi von denen. Warte, Foto, warte, Foto! Ja, ich muss von der Panzer fliegen, Panzergranaten. Komm mir echt nirgends was sonst über diesen scheiß Fluss? Nein. Naja, es gibt keine Ahnung, okay. Der andere ist zerstört. Aber warum können wir nicht die Punkte da drüben einnehmen? Ja, weil wir... Warum bin ich so langsam? Ich dachte schon, ich wollte grad sagen, ja, äh... Weil die da steht drauf sind. Ich hab echt gedacht, warum bin ich so langsam? Wie schlecht ist das denn, wenn wir noch unsere andere Trupps dann? Ich bin nicht. Okay, ich geh jetzt mal vollgehasst und... Wir müssten außerdem erst B1 erobern. Ganz unten. Ey, komm, ich bin schon wieder abgesurfer. Abgesurfer! Oh nein, was auch, raus! Komm jetzt mal raus, raus! Ah, tot. Ah, fuck. Sind die beide tot? Ja, der hat... Wache gehalten, ne Wichser. Ja, hier sind jetzt auch welche, die wissen jetzt, dass wir rüber gehen. Hier wartet im Haus auch schon einer. Ah, fuck off. Ja, aber die Sneaky-Taktik war doch nicht verkehrt, oder? Ja, bis auf die Tatsache, dass du mich mit Fun verwechselt hast. Ja, das war... Sonst hätten wir's gerissen, weil ich hab einen weggeholt von denen. Ja, einen. Versuch's irgendwie durch die Brücke. Ey, die kämpft hier seit einem total sinnlosen Haus, da drüben, mit drei Leuten, ne? Einfach nur damit wir nicht mehr da drüben füllen können. Alter, wir kommen halt durch die Brücke durch. Okay, ich bin mein Fahrzeug im Vergleich hinterher. Boah, fuck, aber dieses scheiß Haus. Und Panzer. Ah, Gott. Nee, tu es nicht, Sven. Bin schon auf. Der ist schon auf. Wir verlieren C3. Ja, dann macht ihr was C3. Ja, verkehrt. Das wird schon erobert. Okay, Foto, warte. Wo bist du? Hey! C2! Hey, ich hab schon, ich musste hier sehen. Finden, wo du bist. Ich hol' ein Fahrzeug. Wieso kommst du mir schon längst bei C2, 3? Ich kann kein Fahrzeug, alle rein, alle rein! Jetzt, weil ich bin direkt vor dir. Gleich wird's sichtbar. Hier, überfahr' ich. Nein! Ich steh' direkt vor dir. Ja. Oh, schön sie, dass aus fünf Mann auf so'n Kübel waren. Aber wisst ihr was? Wir stellen uns grad ziemlich dumm an. Warum? Ja, wir gehen auch grad' ausfahren. Irgendjemand, wie schießt der? Achso, da sind sie, rechts. Ufff! Oh nein, du Mseatbrit! Ich bin ausgestiegen. Ich wusste, dass was passiert. Ich woll' so schön ran driften. Mein Gott. Drujul weiß, dass das deineதrauer nicht zu stärken sind. представляете, kannst du schön ran driften. Oh Gott. Das krieg ich wegen dir ne Verzückungsstrafe. Warum? Selbstmord. Hey Markus komm ich hab ein Auto. Ja. Super. Du hast einfach keine Chance. Diese Leute die sind so ok. Na der fährt schon mit Fahrrad. Wer genau weiß, dass wir sterben werden. Okay. Markus mag Ausdeckung bleiben. Versuch irgendwie auf Zeitlupe das zu machen vielleicht. Gegen die Wand fährst halt. Nein du bleibst von mir im Auto. Du musst das nämlich auf Video haben. Ne das das erste schon. Wo wir grad gestorben sind auf Zeitlupe zu probieren oder so. Oh oh. Nein 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 nein. Ist aus. Auto fährt mit Pro Tour. Oh fuck Panther. Ich kann das auch. Jetzt. Aber das gute ist mein Auto fährt weiter danach. Ich hab's sogar als Deckung hingestellt. Ich hab ein Deckungsauto. Na ja klar das explodiert auch ruckzuck nicht ne. Weil es explodiert nicht ne. Oh mein Gott bin ich schlecht. Ich hab erstmal 17 Punkte. Ja für jetzt kommen welche rein. Der Panzerfahrer kommt rein. Der Panzerfahrer kommt rein. Vorsicht. Oh. Ist da rumgeauft. Ah man. Was man. Hey come. Scheiße kann man. Hey irgendwie ohne Scheiße spielen. Das nächste Mal einfach mal ums zu testen die Amis. Ich hab echt ein Gefühl denn ihre Waffen sind alle besser. Aber Deutschen gewinnen immer. Nein. Natürlich gewinnen immer Deutschen. Den letzten Kampf haben wir auch schon verloren. Wir haben die letzten paar Kriege schon verloren. Den glaub ich die Deutschen genervt. Die Abi Waffen wurden verstärkt. Die Deutschen genervt. Wartet Leute auf mich. Ich brauche noch eine Mitfallgelegenheit. Ja ich dreh schon drauf mit. Das kann ich echt knicken. Ich brauche einen Panzer gar nicht zu verheizen. Go. Warum hast du eigentlich mein Hupen dich? Ich verwisch darüber mich. Okay Markus bist du bereit für einen Backflip? Oh nein. Get ready for flip-time. Wohoii. Das ist kein Backflip. Das ist ein Überschlag was. Also AJ ist wahrscheinlich nicht mehr oder kiner war. Ich kann weiterfahren da je alles weiter da. Der Panzer ist direkt am Haus. Ohahanha. Was war das mit. Oh nein. Ich darf es übernehmen. Ach du Sven Liggen mal du ist ein Sniper. Mit Hilfe in Herroh. Das ist das Panzerfahrer. Panzerfahrer! Boah, der macht mich One-Hit weg! Aber er ist tot, er ist tot, wir kennen schon das Haus. Super. Wum kann ich kein Fahrzeug mehr spawnen. Ey, ihr sollt euch schon mal aufhören, dass wir das nicht wieder einfach nie gewinnen? Ne, auf der Seite haben wir noch nie Chancen gehabt. Diese Map ist so behindert. Wer einfach auf der anderen Seite ist, hat gewonnen. Ja, weil man sich einfach mit der Panzer auf die Brücke stellt. Ist so. Ja gut, wenn irgendwie, glaub man, bessere Waffen hätten, weißt du, Panzerbrechende Waffen, hättest du ja auch mehr Chance gegen die Panzer, mir hemmt das sowas einfach nicht. Hier ist nicht mal eine Panzerfaust irgendwo. Ingama Faust, ne? Ingama Faust, ne? Der muss man auch wieder aufspielen. Der sitzt leider im Motorrad, ich schieß ihn ab und was kommt Panzerung zustande? What? Motorrad hat ja auch so ne fette Panzerung, Leute. Ja, 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 rum, rum! Ja, die Waffen im zweiten Weltkrieg war nicht so durchschlagskräftig wie diese heutigen Waffen. Nein, der sitzt auf dem Motorrad, ich schieß auf ihn und es kommt nicht, ich mach ihn schlafen. Seine kommt Panzerung zu stark. Also das ist ein scheiß Motorrad. Hat er eine unsichtbare Wand um sein Motorrad? Oh, was sind das für geile? Oh, guck mal die geile Waffe, was ich jetzt habe. Guck mal das Ding an, wo seid ihr? Du hast das Mg wahrscheinlich, oder? Für die Wundmagazine. Das ist scheiße. Oh, da ist ne Panzerfaust, glaub ich, drin. Oh mein Gott. Cool. Wie geht's da rein, Junge? Ich glaube, das Fahrzeug direkt voraus. Hey, ist das ne Panzerfaust oder was ist das? Das war jetzt episch. Oh, da ist ein Eingang. Ja. Ach, was hast du jetzt ne Panzerfaust? Hey, das ist ne Karabiner 98 kurz. Die will ich auch. Der ist da drin, in dem Bunker. Markus, komm hierher, gib mir Deckung. Ich hol mir das Auto von Sven. Ja. Woll dir mal mein Auto. Ich kann doch einfach neues fahren. Ich habe ja eh unendlich. Es ist nur noch ein verbindeter Sterbe. Wir haben C4. Loll. Du hast den neutralisiert. Ja, doch haben wir nicht. Fahr. Das ist ein Sven, seinen Schrottbock. Das geht nicht. Ja, ich wurde von dem Panzer abgeschossen. Mit dem Ding. Hässlicher Hobel ist es. Mein Herr Schöner. Oh. Weißt du was? Ich hab schon wieder neues. Achtung, hinter uns sind es zwei gegnerische Panzer. Raus, 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 raus. Das sind zwei gegnerische Panzer direkt hinter mir. Wir haben, wir haben C4 mehr. Ach du Scheiße. Schnell zu O1, Alter. Bei C3 sind jetzt zwei gegnerische Panzer. Wir sind außen rum gefahren, so wie wir vorhin. Bringt ja eh nix. Ja, echt so. Aber da sind schon wieder welche bei C4 drinnen. Oh fuck. Hä, was ne Digitire TP820. Oh fuck, hier fliegt alles in den Luft, Alter. Oh fuck, hier fliegt alles in den Luft, Alter. Haben wir noch, ist er noch da? Ne, wir müssen zu O1, Leute. Keine Zeit verlieren. Da ist da und er lag oben auf dem Dach. Ich hab keine Zeit für die C4. Ich hab keine Zeit für die C4. Ich hab keine Zeit für die C4. Da hicken wir die C4. Oh mein Gott. Ich brauch Verstärkung, Leute. Wo wirst du? Das waren drei Mann, Leute, in diesen Scheißstraße. Das Ding ist ja der Hit. Was denn? Das Ding ist ja der Hit. Das ist MG. Hat dieses Runde MG, das ist meins. Ich könnte meine Verstärkung brauchen! Headshot! Scheiße! Ich kann damit einfach über Leitgekopf behalten. Wo? Da hinten? Fuck. Leute, die kommen von links. Links. Von der Straße. Aber da ist kein Fenster. Skyline Russ hab ich. Ja, pass auf die Tür auf, links. Da kommen die jetzt, glaub ich. Ja, die sind... Panzerfahrer ist ausgestiegen, also aufpassen. Die sind gut, wenn man... Ja, ja, ja. Ich schieß die doch schon ab, aber... Yes, ich hab ihn gekillt. Und dann hat mich der Panzer geholt. Der Skyline Russ? Ja, den hab ich getötet. Dann hat mich der zweite Fahrzeug geholt. Warte, Foto. Da steht noch einer vor der Tür, nämlich. Ich schmier gleich die Karabiner kurz. Oh, dann... Ich muss wieder warten. Und ich kann nicht mein Fahrzeug holen. Foto, du musst warten, darf ich bitte. Bin da in 3... 2... 1... Das ist eh egal, wir sind eh weg. So, ich steh jetzt hinter dir. Nicht mich wieder überfahren. Was fällt da uns und so? Oh, die Karte. Oh, nö, nö, da waren wir nicht drauf. Oh, das Panzer. What? Gut, oder? Ja? Überleg dir bitte, was intelligent ist und fall nicht aus diesem Panzer zu. Du war er nicht auf? Bleib oder nein. Komm. Wänduszweil. So Körper.